hallo ihr lieben ich bin nicht nur noch deutschlehrer sondern ich bin noch tanztrainer jetzt haben wir ferien müssen uns alle fit halten draußen ist corona und ich habe mir so ein kleines zehn minuten center workout ausgedacht beziehungsweise zusammengestellt wenn man das ohne pause durchführt dann brauchen wir noch zehn minuten dafür sind 20 übungen jeweils 30 sekunden ihr könnt gerne mitmachen wir starten jetzt über die hebelauf möglichst schnell und hoch die knie ziehen die arme schön an der seite mitnehmen nicht vergessen so kommt zur zweiten übung wir gehen in den liegestütz 30 sekunden lang mit ausgestreckten armen schön am rücken machen auch halten so nächste übung 30 sekunden lang unterarmstütz wieder den kohanspannen auch fest machen und schön halten und lächeln nicht vergessen so die nächste übung ist der treppensteider das heißt die knie himmel auf nur im vierfüßlergang immer schön die beine an den bauch ziehen die hände bleiben unter der schulter so nächste übung machen wir rechtseitigen plank nur mit dem rechten arm und schön weiteratmen halten die hand ist immer unter der schulter andere arm ausgestreckt nach oben so auch hier wechseln die seite das ganze mit dem linken arm bene krönt 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 Um die seitlichen Bauchmuskeln noch ein wenig zu trainieren, machen wir das gleiche noch einmal, aber wir schwingen den rechten, linken Arm unter dem Körper durch. Wir folgen unserer Hand. Auch hier wechseln wir die Seiten. So, jetzt eine der schwierigeren Übungen. Wir versuchen einen halben Liegestütz zu halten. Das heißt, wir linken den Bauch und drücken uns dann hoch. Nur über den Boden halten. Gar nicht so anstrengend. Po schön anspannen, Po schön anspannen. So, das waren schonmal zehn unserer Übungen auf dem Bauch oder auf der Seite. Jetzt gehen wir auf den Rücken. So, erste Seitenübung. Wir wollen 30 Sekunden lang unseren Oberkörper halten. Und weiteratmen. So, bei der nächsten Übung versuchen wir die Beine möglichst Richtung Ohren zu ziehen. Nicht umgekehrt den Oberkörper zu den Knie, sondern die Knie Richtung Ohren. So. So. Das war's. So, jetzt stellen wir unsere Beine auf und versuchen abwechselnd mit der Handfläche den rechten bzw. den linken Knöchel zu berühren. Ich muss meine Ruhe wieder einstellen. So, geht los. Dabei legen wir den Oberkörper nicht ab, hier dann sein Tempo. Wer das schon kann, stellt einfach die Beine ein bisschen weiter weg. Geschafft! So, nächste Übung sind Sit-Ups über Kreuz, das heißt rechte Ellbogen, linke Knie, linke Ellbogen ans rechte Knie und immer wieder ablegen. So. 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 Das gleiche machen wir jetzt noch einmal, aber ohne ablegen und möglichst schnell. Das gleiche machen wir jetzt noch einmal. So. Letzte Übung auf dem Rücken, wir heben unser Becken ab, das heißt wir machen rückwärtigen Plank, schön halten, Arme schön lang machen, Becken hoch. So. Durchatmen. Halten, halten, halten. So. Das waren eigentlich schon wie meist unsere Übungen. Zum Abschluss wollen wir noch ein klein wenig dehnen. So. Als erstes machen wir die Cobra-Dehnung, das heißt wir drücken den Oberkörper hoch und stellen die Arme möglichst nah an den Körper rein. Wenn diese Übung so anstrengend ist, beziehungsweise auf den Rücken geht, der lässt diese Übung einfach weg. Arm schön nah an den Körper rein, damit man sich auch schön hoch dehnen kann. So. Die entgegengesetzte Übung ist eine Katzenbucke, für einige ist das angenehmer. Auf die Beine ab, den Händen, Kopf möglichst an die Knie ziehen. So. Zuletzt wollen wir noch die Brust hin, beziehungsweise die Schulterkörper. Ziehen den Arm schön raus, lassen ihn in der Schulterhöhe und dehnen. Merken wie unsere Brust nach vorne kommt und der Arm nach hinten gezogen wird. Durchatmen. Vielleicht hört ihr euren Herzschlag dabei, beziehungsweise fühlt ihn. So. Ich wechsle die Seite. Schön ein- und ausatmen dabei. So. Das waren 20 kleine Übungen zur Stärkung eurer Muskulatur. Für Leute, die sich vielleicht nicht lange an einer Sache aufhalten wollen, sondern öfter mal gerne die Sachen wechseln, beziehungsweise wenn es euch noch zu locker war, könnt gerne den Zeitraum verlängern und jede Übung eine Minute machen oder länger. Ich hoffe, einige haben mitgemacht. Das war interessant. Es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.